Zum Schluss, ich habe noch kurz was vergessen, ich möchte meine Box ja hinstellen. Dann gehe ich mit dem Messerwerkzeug und schneide die unten mit gehaltener Großschreibtaste gerade. So, dann kann ich das Stück weg tun und so habe ich jetzt eine Standfläche. Bei der 2 habe ich ja eine Standfläche. Bei der 7 ist halt wieder eine andere Sache, das muss man dann schauen, was man da macht. Und das hier wäre jetzt dann auch wieder genau das gleiche, auch wieder hier die Pfad aufheben, verknüpfen, Pfad lösen. Das wäre dann also jede Linie, Pfad aufheben, Pfad aufheben und Pfad aufheben und verknüpfen, Pfad lösen. So habe ich jetzt auch wieder die Einzelteile und das wird dann also genauso gemacht, wie die andere Schachtel, die ich vorher gemacht habe. Also auch alles wieder so machen, wie ich das hier gemacht habe. Und nicht vergessen, das Oberteil wieder senkrecht wenden, damit das dann wieder richtig passt. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Bye, bye. Ich hatte eben gesagt, dass hier die 2 Teile, die später draufgeklebt werden, auch seit andersherum gedreht werden müssen. Genau so wie die 2. So wie das jetzt hier auf dem Foto ist, ist das richtig. Und das hier ist das fertige Ergebnis von dieser Box. Ich hoffe, das gefällt euch. Das hier ist jetzt das originale Schnittmuster von dieser Box, wie ich das jetzt erklärt habe. Hier zum Schluss zeige ich euch noch, auch welche Motive ich nach dieser Methode gemacht habe. Hier sind nur gerade Linien, aber hier sind auch die Rundungen. Hier sind auch eben die Rundungen, eine gerade Linie und wieder eine Rundung. Und hier ist die 5 ohne Rundung. Hier ist die 5, die man sich hinstellen kann und die 6 auch, die man sich hinstellen kann. Und das hier ist das Motiv, welches ich in diesem Video gemacht habe. Ich hoffe, euch gefällt das. Bye, bye.